moin leute die kartenwelt ist mit einem erneuten video am start für euch diesmal mit der fifa 365 2015 und einem blisterduell zwischen tiago silva und luka modric fangen wir an zuerst die booster und dann die limited edition card hier nochmal in der großansicht tiago silva und luka modric damit können wir starten mit dem ersten booster von luka modric blister zeng lang andres chaves sergio romero frank japan juri lodigin und der icon von neymar junior mit 97 angriff dies ist der beste wert aus dem booster erster booster des tiago silva blisters juan fran joffrey kondogbia alessio cerchi teammate alexander ria zantsev und mit wayne rooney als gold machine und key player fernando gago die 89 wäre die höchste wert von dem booster aber mit 97 kann dieser wert nicht mithalten und somit hat luka modric das 1 zu 0 erzielt zweiter booster mario fernandes jordi alba luis antonio augustero orion divok origi als international rising star und die signature karte von marco ferratti damit geht es mit dem zweiten booster weiter und zwar mit jerome worten fernando muslerer nevendruditsch salvatore sirigu international star vincent company und der international double trouble von kevin de bräune und divok origi aber somit erzielt das blister des luca modricius das zwei zonen für sich dritter booster mit preis jasper silson bram nooitink mario mantukic international star leonel messi und defensive rock tiago silva taugt er einfach auf der gegenseite auf dritter booster für das blister von tiago silva michael arroyo mark andre tersegen mattia de shiglio andere apfelschürle und defensive rock raffael waran und der signature karte von arjen robben somit hat das booster von duca musik das 3 zu 0 erzielt vierter booster mario mantukic steve mondanda igor akinferr ziyang olek schatow und pierre emmerich auberman als goal machine 181 schlagbarer wert für tiago silva vierter booster mattia de shiglio judson sebastian roda oriel leon jeju ruben neves und der top master karte von leonel messi fünfter und letzter booster wobei tiago silva den punkt oder den sieg nicht mehr erzielen kann auguste orio preis jaja jasper silson brahm nui ting marquinhos mit 86 und wayne rooney als fans favorite mit 94 sehr starker angriff fünfter und letzter booster des blisters tiago silva geoffrey kondogbia alessio churchy michael arroyo mark andre tersegen international star halk und der dynamo card von quadro asamoah und somit hat das blister von luka modric mit 4 zu 1 gewonnen somit bin ich raus für heute bis zum nächsten mal eure kartenwelt blister